Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft in der Silberprokmide. Ich habe mich heute auf der Arbeit auf dem Finger gekloppt mit dem Hammer deswegen werde ich wahrscheinlich nicht springen also der Finger das war mein Daumen an der linken Hand und den Daumen benutze ich eigentlich immer nur zum springen. Ein bisschen Erkältung bin ich auch und dann passt ja alles. Erkältung ein bisschen gequetscht, naja gequetscht nicht dicker Daumen und ein bisschen Mühe nachher erstmal schlafen gehen dann zum Arzt morgen früh und schauen was der Arzt sagt zu meinen Daumen. Eigentlich müsste ich glaube ich ins Krankenhaus weil es war ja ein Arbeitsunfall ist ja auf Arbeit passiert aber ich hatte keinen Bock ins Krankenhaus deswegen gehe ich morgens zum Unfallarzt Schauen wir mal hier rum. Was haben wir? Wir haben hier einen Priester, wir haben noch einen Priester, dann haben wir hier einen Schurken Jetzt haben wir da einen großen Krieger, ein Todesritter, noch ein Krieger, ein Schamanen, der Frösche Regenwesten, und noch einen Dekar. Schauen wir mal hier noch mal schauen. Schamanen, drei Krieger, zwei Dekars, ein Schurken, ein Du und mich und zwei Priester. Ja dann, auch hier erstmal mit der Loge hier vorne mit Gucken dass hier auch keiner kommt Da kommt schon einer Ah, da kommt auch einer Das ist ja gut Das war ja klar Das war ja klar So, BUFF Ich hab vorhin den BUFF gar nicht gemacht Hat bestimmt der andere den BUFF Oh Ah Oh Ah 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 Oh Oh Ah 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 und mich hochheilen hat leider nicht geklappt nicht so wie ich es gerne hätte naja ich bin glaube ich der letzte oh ne also wir gewinnen nur wenn ich der letzte bin hmm Wo ist das Fragezeichen? Warum hat er kein Leger? War er ein Priester deiner Nähe? Ah, ich muss doch grad mich heilen. Na, los. Ach, ja. Bei 54%, wenn wir so noch 46%, dann habe ich... ...ein Level Up. Das gibt's doch nicht. Die zwei Priester sind natürlich da unten an der Lobe. Mit den einen Schurken. Immer wenn ich grad heilen möchte, sterbe ich. Vielleicht sollte ich mich nicht mehr probieren zu heilen. Vielleicht werde ich dann übernehmen. Ich glaube weniger. So. Mamma mia. Das geht mal richtig schnell. Woah. Welcome. Woah! Oh Gott. Er hat mich zwar geheilt, aber hat irgendwie nix gebracht. Weil er mich so auch schon Leben gehauen hat. Oh Gott, dort nix. Das glaube ich auch. Oh Gott, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's, das war's. Ah, ja. Man kann ja nicht hier machen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's mal eine Runde. Ich glaub' ich... An 7. Stelle oder so Leider haben wir verloren Ich hoffe am nächstes mal werden wir wieder besser ashtubieren und gewinnen So dann wünsche ich euch bis dahin Viel Spaß Und ich würde mich verfreuen und wir uns beim nächsten mal wiedersehen Tschü tschü